Muss man sich mal vorstellen, ich renne hier mit einer fetten Sniper rum und warte, dass die um die Ecke kommt, Alter. Warte mal, jetzt die Pumpe. Pumpe geht hier ein bisschen schneller. Voll in die Fresse geschossen, Alter. Voll in die Fresse geschossen. Überspringen wir mal die Fahrt. Da sind wir. So. So. Soll ich da reinrennen und ein bisschen Halligalli machen, oder was ist der Plan? Und nun? Da ruft jemand an, ich weiß aber nicht warum. Ja, das ist sie? Sie sitzt doch neben mir. Okay, dann mal los. Was halte das denn gerade? Achso. Sozusagen, dass wir die ganze Zeit im Kontakt sind. Ja, technische Fähigkeit. Jetzt steht das schon wieder 10 von 17. Sind die blöd, oder was? Gewaltsam öffnen. Ja, könnte ich machen, aber dann... Dann rappelt es aber ganz schön hier gleich im Karton, Alter. Soll ich das trotzdem machen? Gewaltsam öffnen. Gewaltsam öffnen, Bro. Alles klar. Ist das richtig? Mal kurz hier hin. Ich muss da definitiv lang, aber... Geht zum Hauptgebäude, also... Ich kann da hin, ja? Kamerasteuerung. Umpolen. Was heißt denn, umpolen? Mach mal. Bleibt das denn so? Verhitzen, kurzschluss. Nichts. Scheiß, ich steig aus. Die richtige Waffe hätte ich. Oh Gott. Hab Schüsse gehört. Lebst du noch? Ja. Keine Zeit hier rumzuschleichen. Ja. Noch jemand? Da oben ist noch einer. Fuck. Komm mal runter da oben. Was soll denn das mit diesem Kurzschluss? Scheiß und so weiter. Was ist das? Och, du Scheiße. Warte mal. 7a. Nochmal 7a. Scheiße. Fehlgeschlagen. Sind hier denn noch Gegner? Was ist das? Keine Ahnung. Da unten sind noch welche, oder? Könnt ihr mich nochmal verlinken, aber ich weiß nicht, ob das was bringt. Es gibt halt immer weniger Sekunden. 55. Installiert. Installiert. Okay. Keine Ahnung, was ich jetzt geschafft habe. Ich kann es nochmal benutzen. Achso. Oh Gott. Jemand hat Fragen über unser Studio gestellt. Wir können also entweder drauf gefasst machen. Warte mal, da war noch was. Ach nee, das war nur nett, ne? Sind da hinten Gegner? Oder sind das... Oh, da ist ein gelber Gegner. Warte mal. Ich hätte sogar noch zwei Schuss gehabt. Ich geh mal rein da. Ich muss ja sowieso rein. Boah, hier liegt noch auf dem Zeug rum, ne? Das muss ich eigentlich nochmal mitnehmen. Die gucken auch gar nicht, ne? Die bleiben da einfach drin, Alter. Bleib bekloppt eigentlich. Total bescheuert ist das. Das ist eine Maschinenpistole, ne? Also, MG... Nicht MG. Haha, MG. Kein MG. Äh, ähm... Wie heißt denn das Ding? Na, ist ja egal. Hier drüben nochmal gucken. Vielleicht ist hier noch irgendwas. Loot, loot, loot. Geht das auf? Nee. Ja, komm, wir gehen mal rein. Also, man kann natürlich hinten auch rein, ne? Hab den Bauplan. Ich bin sofort da. Versuch, einen Weg in die Untergeschosse zu finden. Was ist ein Bauplan, ey? Ein Weg in... Untergeschosse? Ich dachte, ich soll erstmal hintergehen. Aber wahrscheinlich ist das genau der Unter... Das Untergeschoss da hinten. Weil hier oben kann man auch noch lang. Guck mal. Wo geht's denn hier hin? Ich glaub, das... Das wär der... Das wär der andere Weg gewesen. Ne? Dieser... Eventuell sichere Weg. Das weiß ich nicht genau, aber... Ne? Weil man konnte ja irgendwie noch oben lang gehen. Irgendwie. Hier. Ne, hier nicht. Hier? Hier, ne? Genau. Das wär der Weg gewesen. Okay. Ich weiß nicht, Pump ist wahrscheinlich besser, ne? Lass mal Pumpe nehmen. Kameras sind eh alle aus. Also, Alarm wird hier nicht mehr groß ausgelöst. Schauen wir nochmal die Ecken an. Ecken. Satisfaction. So, wir müssen runter. Habt einen Weg runtergefunden. Siehst du meine Position? Jep. Bin sofort da. Warte auf mich. Wo soll ich warten? Da vorne? Soll ich hier warten? Noch was? Wie, warte. Ich bin ganz nah. Also. Bin da. Sag mal, hab ich hier keine Lampe, Alter? Das kostet zwei. Ich wette, da halten Sie sie fest. Ducken. Also, irgendwie ging, glaube ich, auch noch Lampe. Aber frag mich nicht, wie. Oder ich hab mir das nur eingebildet. Hörst du das? Ja, nix. Hier liegt einer. Wie? Ist das nicht der Typ aus dem Club? Wir könnten auch den Aufzug nehmen, ne? Aber wir nehmen nicht den Aufzug. Komm mal mit. Wir gehen dann mal hier. Das hemmt. Das kenne ich. Ach du Scheiße. Ja, ohne Zweifel. Na, hoffentlich lebt die noch, Alter. Ich dachte, ich hab die Kameras alle ausgeschaltet. Ach, da sind ja welche. Warte mal. Pumpe. Halt's die Waffe. Hörst du noch? Ja, ich lad auch nach. Ich lad hier alle fünf Minuten nach. Ich frag mich nur grad, ob ich irgendeine Waffe, äh, irgendeine Lampe hab. Ne? So, kommen die jetzt? Weil hier ist nochmal so ein... Hier ist nochmal... Da hat doch einer geredet, oder? Chill. Ich muss mal kurz hier in den Computer ran. Ist da wieder sowas mit den Nummern? 1C, 9. Nice. Warum war ich... Warum hab ich das jetzt genau gemacht? Gut, jetzt können wir weiter. Drei Geräte wären noch gewesen. Wo geht's hier hin? Technische Fähigkeit. Versteh nicht, was man da machen muss. Sieht aus, als wären Snuff's nur die Spitze des Eisbergs. Snuff-Maschine-Rey. Uiuiui. Seid, oder? Ich hab nach Propyl-Methionin. Wir müssen hier RPM kochen. R-P-M. Habe ich immer auf mein Frühstück gestreut. Hast du gehört? Da war doch grad jemand. Wo ist er denn? Komm mal raus, da. Muss man sich mal vorstellen. Ich renne hier mit einer... Mit einer fetten Sniper rum und warte, dass die um die Ecke kommt, Alter. Scheiße, jetzt hab ich Nachladen gedrückt. Das dauert immer so lange, ne? Warte mal, jetzt die Pumpe. Pumpe geht hier ein bisschen schneller. Ah, guck mal, das ist die andere Seite. Komm ich natürlich trotzdem nicht weiter. Geil, Muni, Alter. Soll ich hier nochmal gucken? Voll in die Fresse geschossen, Alter. Voll in die Fresse geschossen. Damals bei Samurai haben wir da drin nach Background-Tänzerinnen gesucht. Sieht aus, als wart ihr nicht die Einzige mit so genialen Ideen. Was ist das? Magazin. Okay. Braindance-Magazin oder so. Hier ist... Hier ist nochmal so ein Rechner. Ich glaub, noch ein Versuch, oder was? Scheiße. Egal. Komm, wir gehen weiter. Scheiß drauf. Wenn Kameras sind, bleib ich die einfach weg. Egal. Scheiße. Scheiße, haben die mich gesehen? Wollen Sie den Mittwoch um 10? Nur auf WNX. Der hat mich nicht gesehen, oder? Oder? Bruder. Ich glaub, der hat sich hier gerade... Der hat sich hier gerade an jemanden vergangen. Was zur Hölle, Alter. War ja noch mehr. Da war wieder so ein Rechner, aber da brauche ich mich nicht ein... Da brauche ich mich nicht einhacken, Alter. Das macht keinen Sinn. Hä? Noch einer. Warte mal. Junge, was seid ihr alles für Idioten? Nochmal Muni. Nice. Einschalten. Schalt mal ein. Sieht man da irgendwas? Käfige. Mach mir aus, das Ding. Mach aus. Ausmachen. Okay. Können wir weitergehen? Ist da was drin? Junge, was haben die hier gemacht? Scheiße. Ohne. Auch soll ja am Fernseher da stehen, ne? Ist hier jemand? Ui, hier gibt's Cola. Aber 1500 ist jetzt auch nicht so viel, ne? Komm, wir gehen weiter. Ich mach jetzt kurz ein Prozess hier. Noch jemand? Wo sind die denn, Alter? Ich seh gar keinen. Da. Wo sind die denn jetzt hergekommen? Wo kamen die denn jetzt? Von hinten, oder was? Komm, 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 komm. Bisschen schneller hier aufräumen. Ich glaub, wir sind eh schon zu weit, oder? Ach, du Scheiße, Alter. Was ist denn da ein Klassiker, Alter? Irgendwas stimmt hier nicht, Alter. Das sind alles... Kaputte. Das sind kaputte Typen, ey. Den hab ich zerlegt. Da geht's weiter. Alter, das müssen die doch hören, oder? Scheinbar nicht, ey. Weil er die einfach weg mit meiner... Mit meiner Schroti hier. Das scheint ein Wartungsraum zu sein. Mal sehen, was ich da finde. Was sie da findet? Weiß ich nicht. Also hier ist was. Kohle. Wo ist sie denn? Ach so, am Computer. Ja, dann guck mal. Macht sie was? Ich glaub, ich geh mal weiter. Ich glaub, die bleibt hier. Komm, die? Scheiße, Alter. Verstecken ist wohl fair. Versteck mich doch nicht. Weil er dir in die Fresse, Alter. Das hast du aber auch... Das hast du aber auch verdient. Oder? Kamera. Mach auf. Wechsel mal. Wechsel. Unter mir. Ich sehe nix. Wo, 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 wo. Oh, der schießt irgendwie durch, Alter. Komm mal, ich geh mal zurück. Uiuiui. Schon wieder irgendwas, Alter. Was ist denn das für eine Scheiße? Der hat da was versucht, oder wie? Ich muss noch mal zurück, weil ich glaub, ich hab was vergessen zu scannen. Ja. Oh, die haben sie aber gut zerlegt, ey. Alles klar hier? Okay. Muss ich das bezahlen, diese technischen Fähigkeiten? Kommt's langsam so vor, als wenn ich das bezahlen muss, und dann ist irgendwas weg. Hey. Hier ist wieder so ein Computer, Alter. Am liebsten würde ich die kaputt ballern. Damit da gar nix mehr geht. Also, die hören mich natürlich, ne? Aber, die sind halt einfach zu blöd. Mehr kann man dazu nicht sagen. Scheiße, ich glaub, ich muss ja hinten trotzdem lang. Ich geh mal hier lang. Ich werd schon irgendwo ankommen. Wo bist du? Nah im Studio, glaub ich. Hast du was gefunden? Hab den Aufzug gesäubert, damit wir leichter rauskommen. Gott, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Wir müssen doch hier nach hinten gucken. Weil hier sind... War da jemand? Alter Schwede. Das ist aber illegal. Also, das... Wenn ich das Let's Play auf YouTube holen soll... Das wird nicht funktionieren, Bruder. Das ist ja fünfmal ab 18. Technische Fähigkeit. Gewaltsam öffnen. Geil, Moni. Ich versteh nur nicht... Die Augen sehen mich die ganze Zeit, aber ich seh die nicht. Steht das jemand? Macht keinen Sinn, oder? Macht keinen Sinn. Ich guck halt, ob ich noch irgendwo hier Sammel-Items hier holen kann. Also, hier ist noch irgendwie ein Rechner. Da kann man sich nochmal reinhacken, aber das würde ich jetzt erstmal auslassen. So, jetzt sind wir hier hinten wieder. On Air. Okay, wir sind richtig. Aber wir sind noch nicht fertig, ne? Warte mal, ich komm gleich wieder. Ach, scheiße, ich komm nicht raus. Das geht nicht. Das ist Evelyn. Ich sehe sie. Und das Kabel. Sag Bescheid, bevor du es rausziehst. Dann unterbreche ich gleichzeitig die Verbindung. Was denkst du denn? Was soll ich machen? Das, weshalb wir hier sind. Sie nach der Wahrheit fragen. Johnny, sie ist bewusstlos. Oder eine bessere Schauspielerin, als wir dachten. Mhm. Und das soll ich jetzt machen? Oder soll ich mit ihr nochmal reden hier? Mit ihr muss ich nicht reden, ne? Na gut, dann machen wir das mal. Okay, dann mal los. Uiuiui. Und nu? Welch ist denn das eigentlich? Eveline. Eveline. Hörst du mich? Ähm, hey, Eveline. Ich muss wissen, wer dich angeheuert hat. Ist das dein Ernst, wie? Ja, ist mein Ernst. Ich muss das jetzt machen. Bringen wir sie in Sicherheit. Und zwar schnell. Hat sie mir auch gar nicht gesagt. Ich hab die Türen versiegelt und die Aufzüge mit Strom versorgt. Na dann zu den Aufzügen. Kommt da einer? Kann ich die nochmal wegschmeißen? Boah, das geht aber langsam hier. Was denkst du denn? Johnny. Silverhand. Johnny Silverhand, Alter. Ist das hier richtig? Shit, in den anderen Dingern war ich noch gar nicht drin hier. Okay. Seit wann rauchst du? Sure. Schmeckt scheiße und mir wird schwindelig davon. Aber wenn ich mal was angefangen hab, hör ich nicht auf. Von einem sucht die zum anderen. Verstehe ich gut. Gehen wir rein. Willst du Wurzeln schlagen? Hab diesen Horrortritt nicht auf mich aufgenommen, um vor einer Tür zu stehen. Da rein? Mission abgeschlossen. Disaster piece. Alright. Nice. Musik. Musik. Untertitelung des ZDF, 2020